In diesem Video teile ich meine Dating-Psychologie-Erfahrung mit dir. Ich möchte dir einfach mal einen Einblick geben, was hinter der Dating-Psychologie steckt, so dass du nach dem Video entscheiden kannst, ob es was für dich ist oder nicht. Wenn du im Laufe des Videos merken solltest, die Dating-Psychologie von Estefano könnte was für dich sein, dann habe ich dir den Link zur Dating-Psychologie in der Videobeschreibung hinzugefügt. Wie du bereits erkennen kannst, bin ich hier im Mitgliederbereich. Es gibt hier insgesamt sechs Kurse und einen Gratis-Report-Bereich. Wir werden uns gleich gemeinsam den Kurs Frauen in 30 Sekunden küssen und verliebt machen anschauen. Dazu klicke ich jetzt hier mal auf Seminar anschauen. Und wie du hier erkennen kannst, hat das Ganze zehn Teile. Es beginnt mit einem E-Book und es gibt das E-Book dann auch nochmal in der Audio-Version. Das kannst du dir hier mal in Ruhe anschauen. Ich gehe mal langsam runter und wieder hoch. Wir schauen uns mal das E-Book genauer an. Wenn du hier auf das E-Book geklickt hast, kommst du hier weiter und kannst das Ganze hier herunterladen. Und dann siehst du hier das E-Book und das hat insgesamt 256 Seiten. Und wir gehen mal weiter runter zum Inhaltsverzeichnis. Und hier kannst du sehen, es sind Themen wie ein kurzer Blick in die weibliche Psychologie, vom Ansprechen bis zum Date, wie du über das Thema Dating denken musst und bei Frauen Erfolg zu haben, was dein Aussehen und dein Style über dich verraten, fatale Fehler, Textkommunikation per SMS, Frauen online anschreiben, von der ersten Berührung bis zum Kuss, wie du eine lange und glückliche Beziehung führst. Und dann gibt es hier noch die magische Schlüssel. So kriegst du jede Frau ins Bett und eine Beziehung. Und das Ganze kannst du dir, wie ich dir gerade eben gezeigt habe, auch noch als Audio-Version anhören, falls du nicht Lust hast, das Ganze zu lesen. Und ja, was sind meine Erfahrungen damit? Und was ich an diesem Kuss besonders gut fand, es hebt sich von der ganzen Pickup-Community ab. Es geht hier mehr um die Psychologie. Also du lernst hier das Frauen Verführen mit deiner Persönlichkeit, wenn man so möchte. Ich habe mich während dem Lesen des E-Books wirklich verstanden gefühlt. Er hat hier wirklich die Schmerzpunkte angesprochen, die ich auch wirklich hatte damals. Und man merkt, er hat hier wirklich jahrelange Erfahrungen damit. Und es ist wirklich sehr hochwertig, was er hier für Tipps rausgibt. Was mir allerdings nicht so gut gefallen hat, das E-Book besteht nahezu aus reinem Text. Ich hätte mir gewünscht, dass man hier manche Dinge bildlich hätte veranschaulichen können. Aber im Großen und Ganzen bietet das E-Book hier wirklich sehr viel Mehrwert. Und ich kann dir die Dating-Psychologie von Estefano wirklich nur ans Herz legen. Wie gesagt, schau dir einfach nochmal die Dating-Psychologie an. Klicke hierzu den Link in der Videobeschreibung. Du lernst hier wirklich sehr schnell alles, was du wissen musst, um erfolgreich mit Frauen umzugehen. Ansonsten hoffe ich, ich konnte dir weiterhelfen. Klicke den Link in der Videobeschreibung. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Klicke den Link in der Videobeschreibung.